Wir Südkoreaner feiern Neujahr zweimal. Was bedeutet das? Das Neujahrfest richtet sich nahe dem chinesischen Mondkalender und findet dieses Jahr am 5. Februar statt. Das Neujahrfest heißt Seollal. Seollal Seollal ist ein offizieller Feiertag in Nord- und Südkorea. Obwohl wir auch 1. Januar feiern, hat Seollal für uns eine größere Bedeutung. Seollal ist immer noch der wichtigste Feiertag in unserer Gesellschaft. Viele Koreaner besuchen ihre Heimatorte, um sich dort mit der ganzen Familie zu treffen und um zusammen zu essen. Noch wichtiger ist, dass sie sich Gedanken an ihren Vorfahren machen. Dieses Fest kann mit eurem Weihnachtsfest verglichen werden, denn ihr verbringt normalerweise Zeiten mit der ganzen Familie und Essen zusammen. Man bekommt aber keine Geschenke an diesen Festtagen. Nur Kinder oder Jugendliche bekommen Taschengelde durchschnittlich zwischen 30 und 70 Euro von der Älteren und von der Großeltern. Wir lernen heute Begrüßen vom, auf koreanisch, zum neuen Jahr. Man kann Begrüßen überall, zum Beispiel beim Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Geschäft. Es lautet Also, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. 새해 복 많이 받으세요.